So, die kommen weg. Ihr kommt mit. Ein Countdown läuft übrigens nicht. Ich habe extra nachgeguckt. Kein Countdown. Also, da hätte man sich ruhig die Mühe machen können, noch einen Countdown hinzufügen zu können. Wurde sich aber leider nicht gemacht. Leider. Schade. Keiner. Der bringt ihn vorher um, ey. Ich glaube es nicht. Ne, ne? Ja, okay. Das ist in Ordnung. Jo, erledigt. Das haben wir. Ach, guck mal, hier sind noch mehr von denen, okay? Oh. Leck mich am Arsch. Aber das haben wir geschafft. Das war ja gar nicht so schwer, wie ich dachte. Oder? Oh, ne, sagen... Oh, ne, ne? Ne, echt jetzt? Oh. Ja, super. Fight-Einheiten gesichtet. Meine Truppen zusammengefegt, und dann soll ich gleich die nächste Zahl... Äh... Oh. Aber ganz ehrlich, Leute, dann hätte ich die auch tatsächlich mal einen Countdown hinzufügen können. Ganz ehrlich. Wenn das so wichtig ist, hätte ich die auch einen Countdown reinbauen können. Also, muss ich ehrlich sagen. Weil jetzt bin ich echt gezwungen, hier... Aggressiv zu handeln, um die da rauszuholen. Alter, wie scheiße ist das denn? Also, man merkt richtig, dass die Missionen eigentlich eher auf Multiplayer ausgelegt sind und nicht auf Singleplayer. Finde ich schade. Weil Multiplayer ist nicht mehr möglich mittlerweile. Also, man muss ja auch nur ein bisschen Zeit bekommen, ne? Also, weiß ich nicht. Eine Einheit wird angegriffen. Na. Sag mal, ich klicke den zweimal an. Keine Reaktion. Was ist das? Kein Einheiten gesichtet. So, jetzt verpisst euch. Genau. Danke. Brav. Ja, war klar, dass er den weghaut. Nimmt die Kristalle mit. Wunderbar. Und zurück. Zurück. Verkaufen. Beziehungsweise das, was man noch so Verkaufen nennen kann. So. Einpacken. Weiter. Ja, natürlich. Der Weg kann hier nicht länger sein. Feiteinheiten gesichtet. Ja, auch das noch. Kommt mir vor wie so ein Fitness-Parcours hier. Was ist das da hinten? Ach, da ist noch einer. Ja, geil. Ja. Ah, der ist näher dran. Interessant, dass er... Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, interessant, dass er gar nicht reagiert. Ich bin gleich fertig. Alle Systeme bereit. Übertragung auf Reiteinheiten gesichtet. Ich arbeite dran. Sieht sicher aus. Ich bin wiedergekauft. Oh, jetzt habe ich einen aus Versehen verkauft. Hopps. Haben das Gebäude erobert. Okay. Soviel dazu. Soviel dazu. So. Einpacken. Entgegengesetzte Richtung. Das hat ja leider höchste Priorität. Ja, ich weiß. Jo. Den haben sie gleich abgeschossen. Finde ich gut. Finde ich gut. Jo. Wunderbar. Und weiter. Weiter, 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 weiter. Dass der Ingenieur immer der Schnellste sein muss, ne? Ja, bitte melden. Ja, bitte melden. Ah, er kommt mit dem Fahrzeug ab. Ja, okay. Der Crawler geht auch langsam. Langsam, aber sicher. Könnt ihr bitte mal... Ja. Eine Einheit wird angegriffen. Super. So, rein da. Los. haben das Gebäude erobert. Na wunderbar. Sehr gut. Wie? Oh, die musst du jedes Mal... Ach, du Scheiße. Ach, Leute. Man kann's echt übertreiben. Sag mal. Man kann's wirklich übertreiben, Leute. Also, irgendwann muss auch mal gut sein. Kann doch echt nicht angehen. Meine Güte noch mal. Alter. Und dann wundert ihr euch, dass keiner da spielt? Das ist doch kein Wunder. Bei so einer Scheiße. Meine Güte, EA. Das kann doch nicht so schwer sein, mal ein anständiges Spiel auf die Beine zu stellen. Doch, für EA ist das eine Master-Herausforderung. Wo fährst du hin? Oh, durch da. Mein Gott. Weltklasse, echt. Echt Weltklasse. Oh, Mann. Wer denkt sich bloß solche Szenarien aus, sag mal. Mal ohne Witz. Wer denkt sich sowas aus? Und ich hab einen Reaper zu viel. Super. Oh, Mann, ey. Wirklich, EA? Ist das euer Ernst? Mein Gott. Ja, werde ich wirklich. Also muss ich mir tatsächlich einen Platz... Wieso nimmt der nicht einfach die Klippe? Oh. Sieht sich aus. Ja, und er baut auch alles nach. Supi. Freit-Einheiten gesichtet. Haben das Gebäude erobert. Oh, Mann. Ja, die kriegen jetzt natürlich phänomenal auf die Fresse. Supi, Leute. Echt supi. Geiles Konzept, EA. Geiles Konzept. Ein Gebäude wird angegriffen. Geiles Konzept, ehrlich. Meine Güte. Oh, Mann, ey. Mein Gebäude ist bereit. Ist was kaputt? Feinteinheiten gesichtet. Alles klar. Ja, ist was kaputt? Ja, mein Ehrgefühl ist kaputt. Wir brauchen mehr Kommandeurskugte. Ja, kriegen wir leider nicht. Ich warte hier. Sieht sich aus. Alles klar. Ist es der Planet? Haben das Gebäude erobert. Okay, immerhin. Oberkommando. Rinkau ist bereit. Sterfeinheit geortet. Speicher mal kurz. Alter, da hast du jetzt echt permanenten Zeitdruck. Das ist doch kacke, ehrlich. Das ist wirklich kacke. Zeiteinheiten gesichtet. Eine Einheit wird angegriffen. Das ist wirklich kacke. Muss ich wirklich mal sagen. Also, geht gar nicht. Ich glaube, wir sollten tatsächlich mal ein paar Serturions bauen. Stealth-Einheit wird angegriffen. Stealth-Einheit geortet. Ein Gebäude wird angegriffen. Oh, ich sehe das schon so. Offensiv hättest du da keine Chance durchzukommen. Auf keinen Fall. Weil das ist zu heftig. So, und jetzt hält er uns wahrscheinlich hier die ganze Zeit wieder auf und er kann in aller Rhythmus in Ruhe die Selbstzerstörung aktivieren. Also, ich frage mich echt, wie die sich das vorgestellt haben. Wahrscheinlich gingen die davon aus, ja, Multiplayer, passt schon. Und dann geht's los. So ungefähr. Also, nachgedacht hat EA hier definitiv nicht. Aber wenn sie mal nachgedacht hätten, würde das hier ganz anders aussehen. Guckt euch das an. Wir kriegen so derart auf die Fresse. Wie sollen wir das schaffen? Und da sind noch zwei Gefangene. Wie soll man das schaffen? Bitte. Kannst du doch gar nicht. Das ist unmöglich. Ohne Witz. Wie willst du das schaffen? Kannst du gar nicht. Ja. Wie willst du das schaffen? Alleine. Alleine. Leute. Alleine. Wie sollst du das schaffen? Ja, fick dich. Schnauze. Wie sollst du das schaffen? Alleine. Ihr habt doch echt einen Vogel von EA. Ehrlich. Meine Güte nochmal. Das kann doch nicht so schwer sein, mal ein anständiges Spiel auch für Singleplayer auszurichten. Singleplayer. Wisst ihr, was das ist? Meine Güte. Ehrlich. Nee. Ich sag's nicht. Ist doch echt nicht zu fassen. Wir haben zu wenige Kommandeurspunkte. Kann man nicht irgendwie von hinten rankommen oder was? Nee. Natürlich nicht. Hat man alles natürlich so schön abgesichert, damit du auch ja nicht von hinten rankannst. Ja, vielen Dank auch, Leute. Ehrlich. Sowas Beklopptes. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Ehrlich. Kein Wunder, dass das Spiel nicht ankommt. Meine Güte nochmal. Dass die EA da echt noch wundert. Wieso kommt das Spiel nicht an? Ja, ist doch klar, warum es nicht ankommt. Du kannst es ja nicht mal als Singleplayer mehr anständig spielen hier. Wir wollen es nur markieren. Ah ja, deswegen. Also ich hab nicht den Eindruck, dass ich das als Singleplayer anständig spielen kann. Ohne Witz. Den Eindruck hab ich nicht. Eher im Gegenteil. Und der Countdown ist viel zu knapp bemessen. Ich hätte es gut gefunden, wenn man gesagt hätte, okay, nach jedem Mal erobern, wird der Countdown komplett zurückgesetzt. Aber nicht mal das kriegen die hier hin. So, rennt durch. Dieser Crawler, der ist so derart overpowered, wie man den schlagen soll, ist mir schleierhaft. Echt. Wie man den besiegen soll, das ist mir echt schleierhaft. Das ist mir wirklich schleierhaft. Ehrlich. Ja, jetzt wird er richtig frech. Jetzt wird er richtig frech. Ich bin echt stinksauer gerade schon wieder. Ja, Selbstzerstörung. Ja, ja. Also diese Selbstzerstörungsscheiße hättet ihr euch echt mal schenken können. Ehrlich. Das ist nur Realismus. Ja, das ist mir scheißegal. Ehrlich. Scheiß auf Realismus. Das hat sich sowieso noch nie interessiert. Also was soll's. Mein Gott, nochmal, ey. Seht zu, dass Selbstzerstörungsscheiße abgeschaltet ist. Also so ein Schwachsinn, Ehrlich. Wenn die Zeit abgeschaltet ist, ist sie abgeschaltet. Feierabend. Nichts mit Neuausrichtung. Meine Güte. Kann doch wohl nicht so schwer sein. Das kann doch echt nicht so schwer sein. Ein Gebäude wird angegriffen. Feindlicher Crawler geortet. Unser Crawler wird angegriffen. Ja, ich weiß. Feind einheiten gesichtet. Problem ist halt, wir müssen diesen scheiß Offensiv-Crawler zerlegen. Solange er den hat, wird er mir mächtig Ärger machen. So, du hast Klippensprung. Auf geht's. Wieso nutzt er den nicht? Meine Fresse. Ja, Fremdvoll rein, du Idiot. Super. Weltklasse, echt. Mein Gott. Also die KI ist echt eine Katastrophe. Ehrlich. Also die Feind-KI ist natürlich hervorragend. Aber deine KI, die ist mir für die Tonne. Echt. Das ist immer das Gleiche. Verbündeten KI ist für den Arsch. Aber hauptsache, ob er die Feind-KI funktioniert. Ja, vielen Dank auch. Wir haben keine Chance. Und Cyberkommando hat er auch noch hier rumhängen. Geil. Echt. Echt geil, Leute. Ein Gebäude ist bereit. Seht zu, dass das Scheiß-Ding gesichert ist. Ja, super. Haben das Gebäude erobert. Mein Gott. Jetzt habe ich überhaupt keine... Ich habe keine Truppen mehr. Ja, geil, Leute. Echt. So macht das Spaß. Echt. Wahnsinn. Klasse. Echt. Ganz ehrlich, EA, was habt ihr euch dabei gedacht? Wahrscheinlich gar nichts. Das würde auch erklären, warum es so ein Spiel gibt. Ehrlich. Unglaublich. Einfach nur unglaublich. Meine Fresse nochmal. Das ist doch kein Command & Conquer mehr. Und das verkaufen sie dir ernsthaft als Command & Conquer. der Titel. Frechheit. Ehrlich. Werden nicht mal Rotforscht haben, deswegen. Mann, 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 Mann. Vor allem, wo kriegt ihr die ganze Zeit die Ingenieure her? Das wäre mal interessant zu wissen. Ja, Feindeinheit an eure Schilde. Ja, natürlich, gleich mehrere Einheiten. Eine Einheit reicht hier nicht. Müssten gleich mehrere sein. Natürlich. Oh, Mann, ey. Ich frage mich echt, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ne, also, ich hätte ganz ehrlich mal vorgeschlagen, wenn man schon nicht die Möglichkeit hat, mit jemandem anderes zu spielen, das kann ja immer mal sein. So was sollte man immer mal in Betracht ziehen, auch wenn man Only Multiplayer machen will. So was muss man immer mal in Betracht ziehen. Dann sollte man auch mal einen Spieler, die wirklich mal die Chance geben, dass man das auch alleine spielen kann. Ne, was weiß ich, indem man halt mal sagt, ja komm, äh, kriegst dann die Chance dann, äh, eben halt einen verbündeten KI-Spieler zu haben, der dir dann hilft, und dann wäre es kein Problem gewesen. Ja, der ist bereit. So. Lasershow, ja, schön. Haben das Gebäude erobert. Ne, dass man mal sagen kann, jo, alles klar. Äh, du kriegst das schon hin. Ne, wir stellen dir die Hilfe gern bereit. Kein Thema, und gut ist. Aber nein, nicht mal das, kriegt EA hin. Oh, ich könnte echt durchdrehen, ehrlich. Und wir kriegen so auf die Fresse von diesem scheiß Offensiv-Crawler. Ehrlich. Die fragen mich echt, was sie sich dabei gedacht haben. Das muss doch irgendwie mal eine Möglichkeit geben, dass du dieses scheiß Ding knacken kannst. Hat das überhaupt mal irgendjemand mal getestet? Wahrscheinlich nicht. Meine Güte noch mal. Bau abgeschlossen. Das, so fühlt sich das auch an. Nicht getestet, scheiß drauf, raus damit, fertig. Passt schon. Ach ja, und natürlich ganz wichtig, Online-Zwang. Unbedingt. Zwingend erforderlich. Werde ich auch nicht vergessen. Da gab's damals eine riesen Diskussion, deswegen. Wegen Online-Zwang. Das werde ich echt nicht vergessen. Meine Güte, was war da los? Ein Gebäude wird angegriffen. Das hat damals wirklich für Riesenärger gesorgt. Wir wollen doch nur diesen blöden Offensiv-Crawler knacken. Ist das so schwer? Ja, ist es. Vor allem, weil er ständig repariert wird. Er bietet dir auch keine Schwachstelle an. Keine. In einem solchen Spiel muss immer mal eine Lösung angeboten werden. Und nicht nur hier, ja, ist ja egal, mach mal. Meine Fresse noch mal. Weil sonst muss ich endlich etwas betrachten, das ist, dieses Ziel liegen zu lassen. Klar, die Ziele bringen sowieso nichts, aber trotzdem. Man muss doch zumindest mal daran denken, dass es wirklich mal Leute gibt, die das auch wirklich mal machen wollen. Und nicht hier einfach nur, ja, scheißegal. Komm, wir machen die Gegner und besiegbar, dann passt das schon. Ja, eroberte man schon. Ich frage mich sowieso, wie macht er das? Aber es sind natürlich zwei Spieler, klar. Nee, also muss ich echt sagen. Ich weiß, aber werden manche jetzt in die Kommentare schreiben, ja, wieso ist doch ganz einfach, machst du einfach so und so, ja, hm? Ist klar. Ist mir trotzdem egal. Echt, das kann trotzdem nicht angehen. Muss immer davon ausgehen, dass du irgendwie anderweitigst. Immer mehrere Lösungen, das ist immer besser. Eine Lösung ist Mist. Eine Einheit wird angegriffen. Man muss wirklich immer mal mehrere Lösungen anbieten. Ist einfach so. Ja. Das ist das Stärkste, was wir haben. Ein Gebäude ist bereit. Und ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin, dieses Gebäude zu knacken. Ein Gebäude wird angegriffen. Einfach nur blind drauf. Was soll ich machen sonst? Ja, tarn dich noch schön. Ist okay. Bauer abgeschlossen. Ja, Schlacht wartet. Ist klar. Ein Gebäude wird angegriffen. Bitte wählen. Mein Gott. Wir lassen sie nicht vorbei. Feiteinheiten gesichtet. Ach, ihr ey. Ihr macht euch das alles viel zu einfach. Erliehen wir keine Zeit. Viel zu einfach macht ihr es euch. Echt. Ein Gebäude wird angegriffen. Ah, okay. Ein Gebäude ist bereit. Sie werden mich brauchen. Wir haben alle damit. Ich kann mehr. Eine Einheit wird angegriffen. Bitte sehr nett. Ohne Mitteil. Sektorien, Achtung. An die voll. Ei, 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 ei. Derfeinheit geortet. Bau abgeschlossen. Ein Gebäude wird angegriffen. Sektorien, Achtung weiter. Haben das Gebäude erobert. Sehr schön. Wenigstens können wir die Gebäude mal anständig sichern. Wir dürfen uns nicht von hier. Zögern nicht. Sie wollten es so. Ein Gebäude ist bereit. Feiteinheiten gesichtet. War klar. Eine Einheit wird angegriffen. Wieso kann ich das nicht erobern? Einheit, hallo? Danke. Ein Gebäude wird angegriffen. So, keine Pause dem Feind. Weitermachen. Druck machen. Leute, Druck machen. Wie auf dem Klo. Immer Druck machen. Nein. Ach, hat er ihn aufgerieben. Schön. Oh, Mann, ey. Ernsthaft? Das ist eine Einheit geortet. Sie werden nicht brauchen. Sie werden kallen. Wer dich gebraucht? Ein Gebäude wird angegriffen. Dann schnappt er das. Eine Einheit wird angegriffen. Wir haben alles in Griffe. Der Feind hat einen Crawler. Ja. Na, endlich. Meine Fresse. Und speichern. Jawohl. Die Laserwaffe von Gideons Crawler ist jetzt offline. Meine Güte. Ist ja der Hammer. Echt. Boah, ey. Geh in position.